Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Design-Team-Beitrag von Dalias Bastel Shop. Ich bin ja seit kurzem im Design-Team von der lieben Lisa. Ihr Bastel Shop heißt Dalia Bastel Shop und das ist die Box, mit der ich mich damals beworben habe. Das heißt, damals ist es noch nicht so lange her. Und das ist eine Box für Standard-Karten, also C6-Karten. Und kleine Karten, 7 x 7 cm und Geschenkanhänger. Ich habe dafür folgende Materialien benutzt. Einmal dieses Paper Pad. Da habe ich schon ein bisschen was von, da habe ich jetzt gerade die Abschnitte weg. Ich brauche noch eine Folie, wo ich es reinlege. Das hat 36 Blätter und hat 9 Designs, das heißt pro Design 3 Blätter. 15 x 15 cm und sind wirklich schöne Designs dabei. Mal was ganz anderes, nicht das, was man sonst auch immer so gängig sieht. Und da braucht man noch Farbkarton in schwarz. Der ist von Westen Kreativ. Einmal doppelseitiges Klebeband von Craft Emotions habe ich das. Und den Tombow Multiglue. Und dann ein Versafine Stempelkissen, ein Seitenband in Creme. Und ja, dann braucht ihr noch einmal ein Stempel-Set. Das zeige ich euch später dann nochmal ganz genau. Das ist von Marianne Design. Und da habe ich mir folgende Maße schon mal zugeschnitten. Hier kommen jetzt gleich am Anfang die Maße für das Vorder- und Rückenteil. Dann haben wir hier einmal den Deckel. Das ist aber nicht 20 x 11 cm, sondern so wie es hier steht 21 x 11 cm. Das habe ich dann nochmal korrigiert. Das seht ihr dann später. Einmal eine große Tasche. Einmal für die große Tasche. Dann für die mittlere Tasche. Und für die kleine Tasche. Ihr findet aber alles nochmal, die ganzen Maße, auf dem Blog dann geschrieben. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Dann braucht ihr viermal Designpapier für Vorder- und Rückseite. Und für innen braucht ihr viermal das gleiche. Da habe ich mir dann die schönsten Blätter rausgesucht. Ja, obwohl es sind viele. Man konnte sich schwer entscheiden, welches man jetzt schöner findet. Dann einmal ein Notizblock. Das sind so Post-its. Da habe ich dann quasi gerade so eine Banderole drum gemacht. Aber das seht ihr dann später. Dann noch für die Seitenteile der Box. Designpapier. Für die Briefmarken. Für mich habe ich gedacht, dass man die Box verschenkt. Man kann das natürlich für sich persönlich auch benutzen als Aufbewahrung. Gilt natürlich auch. Und meine Variante ist jetzt aber eigentlich zum Verschenken. Aber wie man es im Endeffekt nutzt, das ist ja dann jedem selber überlassen. Genau, dann das dieses Piefel im Deckel und für die Innenseiten. Und dann noch ein kleines Stückchen für den Stift, für die Stifthalterung. Wir fangen an mit der Vorder- und Rückseite. Die Vorderseite schneiden wir uns rechts und links die Vierecke raus. Dort schaut ihr darauf, dass ihr die Falzlinien mitschneidet, also dass sie rausgeschnitten sind. Und dann einmal die Rückseite. Wenn ihr das genauso gefalzt habt, wie es dran steht und wie es dann auch die Maße angegeben seid, dann habt ihr an diesen Ecken ja diese einmal 12 Nm und einmal 13 Nm breiten Falzlinien. Das seht ihr jetzt gleich auch beim Falzen nochmal. Das hat einen bestimmten Grund. Das seht ihr dann nachher aber gleich. Und dann falze ich mir einmal alles schön durch. Und zwar machen wir uns jetzt doppelseitiges Klebepapier auf die 2 cm Seitenteile. Rechts und links, bündig an die Kante. Und zwar ist das Papier ja 5 cm breit. Aber wir brauchen für den Innenteil, das kommt dann nach innen, das ist später bei der Box, brauchen wir nur 3 cm. Das heißt, ich klappe mir das einfach um. Dadurch wird es automatisch stabiler. Aber der Farbkarton von Wesson Kreativ ist super. Also ich bin echt begeistert und auch sehr überrascht. Also er hat ja die Grammatur von 216. Und so standardmäßig, ich habe ja meistens bei Farbkarton 240 Gramm. Aber der ist super, also der ist super falzen. Ich habe noch kein einziges Mal, dass mir das Papier gebrochen ist oder irgendwie. Also ich bin echt begeistert. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. So, dann seht ihr das auch. Genau, die kurzen Seiten kommen da hin. Jetzt haben wir den Deckel eingeschnitten. Da ist mir die Kamera leider ausgegangen, ohne dass ich es gemerkt habe, rechtzeitig. Ich habe quasi nur an den Seiten die Laschen eingeschnitten, so wie ihr das hier seht. Und dann das passende DSP draufgeklebt. Beim Deckel habe ich ganz am Anfang das Oberteil vergessen. Das steht hier unten auf dem Zettel, wie ihr seht, 14,5 x 4,5 cm. Das schneidet ihr euch dann noch dazu. So, einmal die Ecken schön reinkleben. Und der Tombow zieht halt auch super schnell an, gell? Das ist rucki-zucki, das ist festgeklebt. Das Einzige, wo man aufpassen muss beim Tombow, ist, dass man nicht drüber kleckert. So, einmal weg damit. Und dann machen wir gleich mal den Test. Jawohl, passt super, wunderbar. Gut ausgemessen. Ja, und dann kleben wir uns auf der Vorderseite. Das sucht ihr euch dann ein schönes DSP aus für vorne. Ich habe das mit den blauen Blüten und den rosa Rosen genommen. Und das fand ich besonders schön. Das finde ich sehr, sehr harmonisch. Und auch dann rechts noch dieser Heißluftballon. Eine ganz, ganz tolle Optik hat das. Das lässt sich auch super schneiden. Also, als ich das zugeschnitten habe. Bei manchen Papieren merkt man es als manchmal. Da habe ich mich vermessen. Ich habe vergessen zu kürzen. Der Block hat ja 15 Zentimeter. Das habe ich mir jetzt gerade noch ganz kurz zurechtgeschnitten. Auf 11,5 Zentimeter. So, wie ich es da auch aufgeschrieben hatte. Ja, wenn man so das Video alles manchmal vorbereitet, dann hat man so viele Maße im Kopf. Und dann geht doch wieder was schief. Aber war ja kein Problem. Konnte mehr gut retten. Ja, also ich bin ganz in love mit dem Papier. Da werde ich mir bestimmt auch noch Nachschub holen. So. Studio Light hat ja allgemein wirklich schöne Papiere, muss man sagen. Ich habe da schon öfters mal einen Block gekauft von denen. Gerade auch die Wintereditions sind auch wunderschön. Könnt ihr euch bestimmt freuen auf die Weihnachtszeit. Da kommen bestimmt schöne Papiere in den Shop. So. Und dann einmal hinten drauf. Auch ein schönes. Da habe ich mir das, was so ein bisschen Judeoptik hat. Und mit oben so einem Heißluftballon. Passt dann wieder zur Vorderseite. Man könnte natürlich auch ringsherum das gleiche DSP machen, aber ich wollte, dass das nur vorne dieses prägnante Papier, also das ist wunderschöne Papier. Dann haben wir einmal hier eine Holzoptik. Und hinten drauf auch nochmal Holz. Und dunkel. Und wie ihr ja wisst, die mich verfolgen auf meinem Kanal, die wissen auch, dass ich ja Holzpapier liebe. Holzpapier kann eigentlich bei mir in jedes Projekt irgendwie drauf. Ja, dann nehmen wir uns die große Tasche, da schneiden wir uns rechts und links einfach kurz die kleinen Klebe falzen, zu Klebelaschen, schneiden wir uns da raus. Und dann falzen wir alles schön nach. Und dann machen wir uns wieder etwas Tombo auf die Klebelaschen, kleinen Punkt. Und er hebt halt auch richtig gut, das ist auch gut beim Tombo. Das ist so ein Kleber, gerade wenn dann die Box voll ist und es sind wirklich auch viele Karten drin. Dann hält er das auch aus. Also den könnt ihr gut für Verpackungen und Schachteln und sowas hernehmen. So, und dann machen wir ringsherum einmal Kleber drauf. Und dann setzen wir uns das bündig mit der Lasche an. Genau. Ein bisschen warten, bis der Tombo dann auch richtig anzieht, damit das jetzt nicht gleich auf der Seite wieder abfällt, wenn da ein bisschen Zug drauf ist. Ein bisschen andrücken, dass der anziehen kann. Aber wie gesagt, der Tombo, der trocknet relativ schnell auch. Also da muss man, kann man eigentlich zügig arbeiten. Das ist dann schon praktisch. Hier mal nochmal was drauf, wenn man doch dann ein bisschen, das schon angetrocknet war. Und dann setze ich mir das so auf und gucke, dass es am Boden dann rechts und links bündig anliegt, dass wir eine gerade Sache haben hier. Einmal mit dem Falzbein festdrücken und fertig ist die erste Tasche. In die Tasche passen bis zu sechs Karten rein. Es kommt natürlich darauf an, wie üppig man diese Karten macht. Also es geht davon aus, von flachen Karten. Jetzt nehmen wir hier einmal die mittlere Tasche. Und da schneiden wir uns bei der ersten Falzlinie ein bis zur zweiten Falzlinie hoch. Dass wir quasi, so wie es hier rechts ist, dass wir dann so eine Lasche rausschneiden können. Dann hier unten das ein Zentimeter Stückchen weg und die Klebelaschen schrecke ich mir auch nochmal ein bisschen an. Ihr seht es auch gleich nochmal bei der anderen Tasche. Dann könnt ihr euch das dann nochmal anschauen, wie man dann richtig schneidet. Aber ich mache es dann immer so, wenn ich es nicht richtig gesehen habe oder so, oder wenn es mir zu schnell ging. Aber jetzt seht ihr es ja auch nochmal gut, wie es da liegt. Dann mache ich einfach auf Pause, schaue mir das an und schneide es dann auch nach. So. Da haben wir mal bündig zur Falzlinie. Stückchen hin. Soll ich meine Finger nicht kürzen? Jetzt ist das wieder so eine Poolerei. Eigentlich habe ich einen Pikse, aber ich habe den nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mal gucken, zwischen meinen Stiften steckt da bestimmt irgendwo drin. Das ist mir ein ganz schmaler. Und dann muss ich das heute so gehen. Alles runterziehen, die Trägerfolie. Und dann einmal die Ecken einschlagen, sodass es quasi eine kleine Schachtel bildet. Und die setzen wir uns bündig. Unten an den Boden machen wir noch ein bisschen Tombo. Da könnte man auch doppelseitiges Klebeband nehmen, aber ich habe jetzt schon überall drauf gehabt, und es war dann komplizierter nochmal extra dran, also welches dran zu machen. Und das ist besser, wenn es noch nicht zusammengeklebt ist. Genau, und dann einfach bündig, also links bündig ansetzen. Und dann haben wir die Schachtel. In diese Schachtel passen dann die 7x7 cm Karten. Genau, jetzt schaut mal hier unten, schneide ich hoch bis zur zweiten Falzlinie. Ich schräg mir das an, rechts und links. Und dann schneide ich nochmal hoch bis zur zweiten Falzlinie. Dann kürze ich mir nur das untere Stück weg, dass so eine Klebelasche entsteht. Ja, auch so gehe ich hier gerade eben. Und dann einmal anschrägen, zack, fertig. Und einmal durchfalzen. Und genau, was ich sagen wollte, in diese Tasche passen die 7x7 cm Karten rein. Ich mache meine Kleinkarten immer 7x7 cm, weil man dann halt aus einem A4 Blatt passend welche rausbekommt. Und also ich mache mir ja meine Grundkarten immer selber. Ihr könnt euch natürlich das auch vergrößern. Man kann das auch noch vergrößern. In diese Schachtel passen keine Briefumschläge rein, weil die größer sind. Und ihr könnt euch das natürlich selber ausmessen. Wenn ihr wisst, wie es hier funktioniert von der Machart her, könnt ihr euch das natürlich beliebig anpassen von der Größe. Aber ich habe ja gedacht, ja, Briefumschläge, das hat ja auch jeder Mensch daheim. Natürlich könnte man sie jetzt auch noch schön ausdekorieren, die Briefumschläge. Aber da habe ich auch gedacht, ja, das braucht man nicht unbedingt in der Box haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Box benutzt zum Aufbewahren, dann braucht man ja auch keine Briefumschläge da mit dabei aufzubewahren. Also ich bewahre meine Briefumschläge gesondert auf. Ja. So. Und dann einmal wieder unten Topo dran. Und dann habe ich mir ja auf der linken Seite, auf die 1,5 Zentimeter breite Stelle, die jetzt hier rechts zu sehen ist, auch doppelseitiges Klebern gemacht, damit die zwei Elemente zusammen, dass man die zusammenkleben kann, die zwei Taschen. Genau. So. Dann geht es ein Designerpapier aufkleben. Das war meine Lieblingstätigkeit bei der Schachtel, weil das so schön ist. Ich mag das, wenn man das in der Papier aufklebt und es dann so schön wird. Ja. Und dann einmal haben wir ja hier mit so weißen Blüten. Aber fragt mich nicht, was das für Blüten sind. Ich bin kein Blütenexperte, aber sie sind schön. Ja. Also ich kenne mich mit Pflanzen nicht so gut aus. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mein Daumen ist nicht gerade der grünste. So. Dann nehmen wir uns einmal die Notizblöcke, also die Post-its, und kleben uns das bis zur ersten Falzlinie an dem kleineren Stück. Und zwar ist das eher ein 15 Zentimeter Stück. Das ist ein bisschen kürzer, aber das wird eh nach, also aufgeklebt. Das sieht man dann später nicht. So wie ihr jetzt hier seht. Das wird dann auf das Papier geklebt. Jetzt nehmen wir uns noch ein Stückchen Leinfaden oder Kordel, was ihr da halt daheim habt. Und dann machen wir uns das unten drunter, die Kordel. Jetzt seht ihr es nicht richtig. Und dann setzt man uns das, setzt es ein bisschen höher. Ich habe das fast ein bisschen zu weit nach unten gesetzt. Setzt es ein bisschen höher, dann habt ihr mehr Platz für den Stift. Und dann braucht ihr einen kleinen Brett. Macht euch mittig ein kleines Löchchen rein. Wirkt das Brett durch, sodass nach oben hinten noch ein kleines bisschen Luft ist, dass wir da den Faden drum wickeln können. Genau. Einmal, zweimal, zack. Das reicht auch schon. Es soll auch ganz dezent sein, dass das halt gehalten wird, dass die Notizzettel nicht die ganze Zeit da rumfladdern. Und dann brauchen wir für die Briefmarke da, ich habe hier oben schon einen Halbkreis ausgestanzt an einer Seite. Und dann machen wir rechts und links einen schmalen Streifen Kleber hin. Und bilden so eine Tasche. Und die Tasche kleben wir dann auch einfach nochmal auf. So. Zack. Einmal aufgeklebt. Wunderbar. Dann brauchen wir für den Stift ein bisschen Designapapier. Da habe ich mir gerade von meinen Abschnitten ein Stückchen weggenommen. Wie geht das um euren Stift? Schaut aber, dass es nicht zu stramm drum gewickelt ist, dass man den Stift auch wieder rausziehen kann. Nicht, dass er jetzt bombenfesch, bomben, sich, wie sagt man? Komm jetzt. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Genau. Und dann einmal Kleber drauf, zack, festdrücken und dann zieht er auch schon an. Und man hat dann die Lasche. Hier oben kann man dann die Briefmarken reinmachen, damit man natürlich auch gleich was zur Hand hat, nicht lange rumsuchen muss. Und dann machen wir einmal den Deckel drauf und fertig ist die Schachtel. Und ich finde, es sieht so schön aus. Und ich finde es halt auch ein gutes Geschenk, zum Beispiel auch für die Großeltern oder so. Oder für Leute, die halt keine Karten selber basteln. Das auch als Geschenk. Und jetzt gerade hier mit diesen sommerlichen Farben super auch. Als Geburtstagsgeschenk zum Beispiel für jemanden, der im Sommer Geburtstag hat. Man kann ja thematisch ja zu allen möglichen dann die Karten reinmachen. Also man kann ja von Geburtstags bis Dankeskarten und alles Mögliche reinmachen. Da wirst du sicherlich selber, was derjenige braucht. So, einmal kleben wir dann von dem gebrochenen weißen Band drauf. Von dem weißen Kreativ. Das ist auch, es fühlt sich total toll an. Es hat so eine richtig weiche, seidene Haptik. Also ganz, ganz toll. Ich stelle mir auch toll vor, das Band zu Hochzeitskarten. Also es macht echt was sehr, glaube ich, auch bei Hochzeitskarten. Ich glaube, ich zeige euch auch noch eine schöne Hochzeitskarte mit dem Band. Das gefällt mir echt super. So, dann mache ich mir das so zusammen und schneide es so, dass es quasi so ein Dreieck rausschneidet. Ich lege mir das immer so mittig zusammen. Und dann einmal den Deckel drauf und fertig ist die Box. Ja. Und dann kann man, jetzt habe ich kein Stempel drauf gemacht. Man kann dann beliebig dann, sehe ich natürlich die Stempel dann noch drauf machen. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch anfange hier rum zu stempeln und Sprüche und Dekoration, dann sprengt es einfach. Der Hauptgedanke war ja eher, euch die Box zu zeigen. Und wie ihr seht, Karten, Box und alles andere passt auch rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video einen Daumen oben da, einen lieben Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.